Das heißt, wir können rein, können uns buffen, können dann runtergehen und dann beginnt der Kampf. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass gegen den Zeitstopp nichts bringt. Die sterben recht langsam. Okay. Die Dienerin der Natur ist da. Die Dienerin der Natur ist da. Was kann ich tun? Die Dienerin der Natur ist da. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Steinhaut, Steinhaut. Ich bin jetzt und wohnt. Allzeit bereit. Die Dienerin der Natur ist da. Was fehlt dir noch? Das war der falsche Zauber. Das ist die Verteidigungskoordination. Du verschwimmst. Du machst Doppelbilder von dir. Was wird noch das? Ich warte auf euren Befehl. So. Geschützt sind wir. Okay. Der Tod wird mein Zipfer sein. Der Tod wird mein Zipfer sein. Der Tod wird mein Zipfer sein. Ja. Das war schon nicht. Mein Kabel ist völlig wirkungslos. Nicht mal ein Kerzer. Okay. Yahira. Was ist auf ihn gewirkt? Lebensenergie, Zug in Zug von Lebensenergie, noch mehr? Okay. Das ist irgendwie nicht sehr erbauend. Keine große Herausforderung. Auf der anderen Seite finde ich es komisch, dass auf Minz keine Hast gewirkt wurde. Die Morgorgon ist frei. Der Tod wird mein Zipfer sein. Der Schmerz meine Krone. Der Dämonenprinz ist frei. Du hast eine Zipfer. Du hast eine Zipfer. Die Dienerin der Natur ist bereit. Okay. Vergiftet. Schwer verwundet. Lebensentzug. Das ist auch nicht so schön. Ich habe übrigens Furchtbaden vergessen. Aber ich glaube, Furcht scheint da nicht zu wirken. Bezug von Lebenskraft, Tod, Klassenkombination. Ich habe halt keine Ahnung, was ich verpasse. Wenn ich ihn... Der Tod wird mein Zipfer sein. Der Schmerz meine Krone. Muss wohl was anderes ausprobieren. Die Dienerin der Natur ist bereit. Okay, halte ich selber. Okay, also irgendwie ist das mit dem Gift übel. Schutzformel gegen Untote. Haben wir auch was gegen Gift? Nein, gegen Gift haben wir natürlich nichts. Die Dienerin der Natur ist ich. Warte auf euren Befehlen. Keine große Herausforderung. Okay, neue Taktik. Wir greifen ihn von oben an. Demogorgon ist frei. Der Tod wird mein Zipfer sein. Der Schmerz meine Krone. Der Dämonenprinz ist frei und wird alles im Blut. Und sie sagt mal... Ich helfe, wo immer ich kann. Okay, nehmen wir mal so ein Vieh aus dem Spiel. Ich bin bereit. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich warte. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ja. Muss ich zuschlagen und mich dann zurückziehen? Keine große Herausforderung. Demogorgon ist frei. Der große Weißhebster sein. Der Schmerz. Die Dienerin der Natur ist bereit. Hm. Okay, jetzt nehmen sie Schaden. Da. Noch ist niemand vergiftet. Okay. Okay. Kann ich nicht selbst einfach mal ein Vieh rufen? Warten, warten, warten. Ich warte. Mord, Mord, Arion, Tod. Die Schmerzen überhält mich fast. Ich bin bereit. Die Schmerzen überhält mich. Die Schmerzen überhält mich fast. Wenn ihr Hilfe anzubieten habt... Geld und Tod. Ganz Tod sogar. Äh, ja. Ich glaube, den Typ kann man... nicht oder fast nicht besiegen. Hm. Ja. Ja? Hm. Okay, rück zurück. Oh, es kommen mehr als nur einer. Okay, wir sind die beiden los. Oh, sie war vergiftet, zum Glück nur. Ach du Müll in Meidegülti, jetzt beschwört er Seuche. Wenn ihr Hilfe anzubieten habt, ich bin bereit. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Die Schmerzen über, die Schmerzen über. Okay, Don ist tot, okay. Ich bin bereit. Hm, keine große Herausforderung. Stirb, Kreatur, und nähere die Erde. Klabazos sind zum Glück nicht sonderlich stark. Okay, Keldon ist recht am Sack. Da ist Keldon wieder tot. Keine große Herausforderung. Warum sind das so viele Glabazos? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Äh, Flucht? Okay, Flucht geht. So. Ich habe aber gerade niemanden mit Levelverlust, sehe ich gerade. Ich bin bereit. Und du hast deine große Heilung schon verbraucht. Gut. Ich bin bereit. Ich werde deine Weizen diesen Weg fahren. Ich helfe das, oder ich kann... Ja? Wonty? Was kann ich denn glauben? Okay, ich bin, ich glaube, Berzo ist teilweise losgeworden, teilweise auch nicht. Jetzt habe ich ein Level-Up für die beiden. Ich sollte solche Sachen eigentlich auch öfter mal benutzen, wie Zähigkeit und Deva-Beschwören. Ich warte.